Herzlich willkommen in der Ordination von Dr. Arne Papst in Wien. Seit 1990 haben wir diese Ordination für Allgemeinmedizin mit Hausbesuchen ganz normal einerseits, andererseits mit dem Schwerpunkt auf TCM und auch auf eine Vorsorgemedizin. Wir haben vier Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass wir nicht zu lange Wartezeiten für die Patienten haben und vor allem, wenn ein Patient einen Termin haben will, dann kann er mir jederzeit ein SMS schicken und wir rufen dann innerhalb von 48 Stunden verlässlich zurück. Zu unseren Behandlungsmethoden gehören unter anderem Kinderwunschbehandlungen mit TCM, Akupunktur, Kigong und Kräuterbehandlungen, aber eben auch maßvolle, moderne Medikation. Also fast alles, was hilft, kommt bei uns zur Anwendung. Also es gibt in der westlichen Medizin eine sehr gute psychosomatische Theorie, aber die Praxis entwickelt sich langsam und in der TCM war Körper und Geist nie getrennt. Wir bieten unseren Patienten und Patientinnen eine ganzheitliche Behandlung mit einem für Sie maßgeschneiderten Therapiekonzept. Vereinbaren Sie einfach einen Termin. Wir setzen uns gerne für Sie und Ihre Gesundheit ein. Wir setzen uns gerne an! 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 Jause ich nicht wieder, dann müssen unsaudde 5000 Wir setzen uns sie einfach! Wir setzen uns an!